Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Ich sehe den Konvoi. Direkt vor uns. Feuer bereit machen. Hier ist der Flüchtlingskonvoi Algieras Hoffnung. Es sind Familien an Bord. Ich helfe euch, Konvoi-Ampführer. Keine Zeit für Erklärung. Hör uns aus dem Tunnel. Könntest du doch die Dinge mit meinen Augen sehen. Leb wohl, Theresa. Der Tunnel! 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 Der Funkspruch klingt verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Der Tunnel! 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 Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Schnell und agil. Verstanden. Waffen bereit. Nur ein abgeschossener Teil ist ein guter Teil. Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Systemcheck fertig. Information. Information. Echo 2 bereit. Echo 5 bereit. Bin an deiner Seite. Okay Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's doch mal vor Flügeln. Alles gut? Gut. Das Slot-Signal von Forster-Helfel wurde bestätigt. Flüchtlingskonvoi bei Forster-Helfel steht dann in den Paragal-Skanzler gegenüber dem Wettbewerb. Wettbewerb. Also gut, dann mal los. Echo Staffel aufschließen und zum Treffpunkt begeben. Das musste ja passieren, wenn die Hälfte der Pflanze nicht hier ist. So, überantrieben. Unbefølge. Und halb, dann hin please. Smiljoe. Squeeze. והb. Nichts habe ich angled Treffpunkt begeben. Hat! Wer hat das gef Capital gemacht, würde ich raus唯ere mich aus? Das war's für heute. Das war's für heute. Rebellen-Allianz. Konvoi benötigt Unterstützung. Halt! Das war eine imperiale Übertragung. Auf einem offenen Kanal. Weg zur Staffel vorwärts und gebt ihnen freier Schuss. Zum Glück hat jemand meinen Notruf empfangen. Ich konnte die Tais nicht länger abschütteln. Wer sind sie? Ein Überläufer? Wenn es nach mir geht, nennen sie mich Linden. Ich erkläre alles später. Pilot, hilf mir diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4, der Quasar kommt später. Nehmt die Tais ins Visier. Dann sollten wir die Tais loswerden. Raketen abfeuern. Ihr habt es auf die Schriebe bekommen. Sporteilig den Konvoi. Schnell! Was noch jemand da geht? Feuert sie ab! Dann werden wir sie mal besser los. Ich konnte nicht zulassen, dass das Imperium noch mehr Entschuldige von Alderaan im Namen der Sicherheit verdient ist. Sie haben dem Imperium also den Finger gezeigt? Kann man so sagen. Das werde ich auch alleine schaffen. Ich verfolge mich. Ich gebe dir eure Entdeckung. Danke. Das war viel zu knapp. Ich folge dir. Erwischt. Das war die Hälfte. Weiter so. Ich werde die Hälfte. Ich werde euch von Leid. Ich habe mich. Ich verwege mich. Das ist ein schönes Rückendeckung zu haben. Das ist ein schönes Rückendeckung. Das ist ein schönes Rückendeckung. Das ist ein schönes Rückendeckung.